Willkommen bei unserer heutigen Anleitung zur Installation des Teams Managers und zum Start Ihrer 14-tägigen kostenlosen Testphase. Öffnen Sie zunächst Microsoft Teams und navigieren Sie zum App Store. Geben Sie in der Suchleiste Teams Manager ein und wählen Sie die App aus den Ergebnissen aus. Um Ihre kostenlose Testphase zu aktivieren, füllen Sie einfach die erforderlichen Felder aus und geben Sie den bereitgestellten Bestätigungscode ein. Der Teams Manager wird überprüfen, ob Sie die notwendigen Global Admin-Rechte zur Installation der App besitzen. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf Teams Manager öffnen. Als nächstes müssen Sie der App Berechtigungen erteilen. Markieren Sie das Kästchen, um im Namen Ihrer Organisation zuzustimmen und klicken Sie auf Akzeptieren. Eine Willkommensnachricht vom Teams Manager Chatbot wird erscheinen. Für weitere Details über den Teams Manager oder um eine Demo von unseren Experten anzufordern, können Sie gerne auf den entsprechenden Button klicken. Um fortzufahren, klicken Sie auf Start. Die App wird zunächst mit Mockup-Daten verwendet, um Ihnen zu zeigen, wie der Teams Manager funktioniert. Eine automatische Einführungssitzung wird Sie durch Leerblasen mit den wesentlichen Funktionen vertraut machen. Um mit echten Daten zu experimentieren, klicken Sie oben auf der Seite auf Zu Live Daten wechseln. Der Teams Manager wird Sie benachrichtigen, falls Berechtigungen fehlen. Diese Berechtigungen sind entscheidend für das Erstellen neuer Teams, das Hinzufügen von Mitgliedern, Kanälen, Apps und mehr. Beginnen Sie mit dem Setzen der ersten Berechtigungsgruppe. Ein Microsoft Pop-Up wird Ihnen eine Liste der benötigten Berechtigungen anzeigen. Klicken Sie auf Akzeptieren, um fortzufahren. Für diejenigen, die die Gastzugriffsfunktion nutzen möchten, ist ein zusätzlicher Satz von Berechtigungen erforderlich. Sobald Sie grüne Häkchen im Einrichtungsmenü sehen, ist der Teams Manager vollständig einsatzbereit. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was der Teams Manager für Sie und Ihre Organisation tun kann, laden wir Sie ein, eine kostenlose Demo auf unserer Website zu buchen.